Moin Moin Reingau liebe Leute, mir ist ein kleiner Fehler gerade passiert, ich habe nur mal aufgenommen, war auch alles wunderbar, bis ich gesehen habe, ich denke mir so, hä, warum hat denn die Teil so wenig MB, also Gigabyte, gucke ich nach, heißt das, denke ich mir so, nein, nur weil ich vorhin den letzten Test gemacht hatte, um es zu testen, denke ich, ganz toll. Also, ich erkläre euch kurz, was ihr verpasst habt, ihr seht hier gerade, ich habe hier gerade einen Weg angelegt, mit dem hier, wo ich abfarben muss, um die hinzumachen, da ich eine Schere benutzt habe, um das hier abzufarmen, das, und ja, das erste, was wir jetzt machen, ist erstmal die ganze Erde wieder hier weg machen. Ne, stimmt, brauchst du nicht so, ah, ganz toll, da ich was gesehen habe, dass man, leider, das drauf machen kann, aber das hier verschwindet, leider, und ja, so, bis dahin bleibe ich, und ja, Auf jeden Fall, tut mir leid, dass ihr das nicht sehen könnt, das waren jetzt zwei Parts, die ich so gemacht hatte, ja, toll, auf jeden Fall, da muss ich die Frage ja wieder wiederholen, hm, egal, auf jeden Fall habe ich eine Frage an euch, das wäre, ähm, ich suche nach neuen Texturenpack, das habe ich glaube schon öfters gestellt, die Frage, aber, vielleicht hat das, habt ihr es doch nicht mitbekommen, oder so, auf jeden Fall, ich suche nach neuen Texturenpack, schickt mir alles, was ihr wollt, ich gucke es mir gerne an, außer Misas HD-Pack, und kein, okay, könnte ich ruhig nur 5, ja, schickt mir alle auf 256, egal, was es ist, schickt es mir, ich gucke es mir an, und sagt es dann, ob es mir gefällt, oder nicht, ob es nehme, oder nicht, so, und wir gehen jetzt hier erstmal hoch, wir müssen das gleich wieder fahren, oder, glaube ich, wir machen das jetzt mal zuerst, so, die Mannschaft hat gehört, er hat auch noch helfen, muss man später suchen gehen, gleiche Sommervorhaben, eigentlich so gesehen mit euch, und, oder, Momentchen, wir machen jetzt zuerst, erstmal, erstmal, unser Glasgüter weiter, dann kriegen wir die ja nie fertig, wir müssen erstmal ein Prägwertig machen, so, auf jeden Fall, ich hatte viel Glas eingeschmolzen, wie ihr ja nicht schwer erkennen könnt, so, ups, das wollte ich nicht, so, die L-Turm mit ein, so, damit wir ja hochkommen, ah, verdammt, an den Stein baue ich so ab, aber ich brauche ja trotzdem mehr, das reicht ja nicht, wie viele Steine haben wir hier drin, 14, nope, das reicht nicht, nein, Erde, 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 so, gehen wir mal hoch, ja, hallo, Hündchen, wie nennen wir ihn eigentlich, Stinky, oder Schatzi, Stinky, passt besser, so, wir hatten die Tür wieder aufgelassen, so, 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 gut, da gehen wir erstmal hoch, so, da gehen wir hoch, so, das machen wir natürlich wieder eins weiter, ähm, ja, wir haben so viel dabei, können wir ruhig mal kurz, verschwenderlich sein, wie ich das immer so schön sage, mal gleich weg also nicht wundern jetzt ist nur die frage ob ich das wirklich eine glaskuppel mache oder eine zeit gerade mache also die schlitteranzeige mal hoch und dann einfach mir normal machen was alles glas was mache ich ich habe keine ahnung wie ich das machen soll ob ich wirklich eine glaskuppe mache und mir die ganze arbeit mache für euch ich mache keine frage was wird hier dunkel nein gut aber wo ich ja letztens gesagt hatte da wo ich das gebaut habe die höhe wäre ich geht gar nicht allein bei hier und da werden wir das nicht mehr sehen was ich baue also ich werde es auch nicht mehr sehen deswegen so zack und zack so sind wir gleich schon mal rum da muss durch einmal rumlaufen und die kaputt machen aber an sich haben wir es auch nicht mehr weit weil ich merke schon es wird immer weniger was ich verbrauche für glas obwohl ich ja hier verschwenderisch bin sage ich jetzt mal das war gerade unnötig doch das war nötig und wir sind schon durch so dann haben wir einfach komplett die glaskuppel das sieht aus wie ein urwald da unten mit dem bäum so noch die zwei haben wir es schon mal und tada wir sind ein stück weiter so machen wir das selbe prinzip wieder ah boike so apropos genau was mir gerade auch noch einfällt ich brauche musik dringend schreibt mir bitte in den kommentaren welche musik ihr gerne hören würdet da ich im moment auf haus elektro trance und alles hängen blieben stark wenn ich euch das nicht antun möchte also auch euch nicht auch wenn ihr vielleicht gut ist die musik aber ich hätte so gerne so ruhige die schöne musik vielleicht immer perfekt zum Eintriff spielen könnte die auch passt eigentlich so man weiteres Seck ist weg die die ab mit meiner Sorge so na verdammt tup 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 verdammt so dann sind wir schon wieder einmal rum wieder gut dann gehen wir einfach hier lang so 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 tup tup behaupten ob es so ist weiß ich nicht wir müssen mal Wamba suchen so und eine weitere Schicht ach das müssen wir auch noch als Wegmann so zack 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 und ja ich weiß gerade nicht was ich erzählen soll ich bin gerade viel zu still gewesen weil ich war gerade ein bisschen vertieft in irgendwas so ups und ja es wird irgendwie immer enger und enger so nein verdammt und trotzdem geht langsam die Sonne runter wir haben es bald geschafft hoffentlich ich habe nämlich keine Lust mehr ich mag nicht mit Lass also sowas zu bei ich jetzt überhaupt mit Lass oder sowas anderes ist ein bisschen doof ja wenn andere kann man es wenigstens noch abbauen so und an diese Stelle verabschiede ich mich wir sehen uns beim nächsten mal dank fürs zuschauen euer Colin LP